guten tag der dieses video findet ich hoffe sie haben den usb-stick noch wenn er weg ist hätte es fatale folgen für die menschheit es hat die welt die macht die welt zu verändern auf diesen usb-stick ich hoffe sie werden ihn kluge und weise benutzen werden sie das nicht machen und die menschheit zerstören ich hoffe nicht dass sie das machen aber ich weiß auch nicht was sonst wäre ich hoffe sie sind einer von den guten oder mein sohn oder mein enkel der davon weiß mein handy leitet ja und da gerade wie 98 hier was sie wollen die welt damit verändern nein das kann ich nicht tun wiederhören ich anpackt die nur schlüstig werdet ihr nicht hier finden das video aber schon Scheiße, was kann ich jetzt tun? Ich will hier in den Rucksack. Genau, ich backe einfach alles in den Rucksack rein. Meinen Oscar. Ja, Oscar. Nicht da rein. Energy Rings. Drei Dosen. Meine Knarre. Nicht zu vergessen. Mein USB-Stick. Mein Handy. Und die Taschenlampe. Warum muss ich das hier auch nicht verbacken? Meine USB. Ich will das anzu. Was? Ach nee. Ich muss sofort hier raus. Scheiße. Ich brauche ja noch eine Dornung. Was kann ich jetzt bloß machen? Ich weiß es. Ich habe da noch etwas in meinem Kasten drin. Pass bloß auf. Weil niemand wird mich erkennbar. Hier. Hier ist das. Mein Schwert. Der Geiligkeit. Das war eine. Scheiße. Die Sneakers. Nein, nee. Die Sneakers. Ich... Keine Sneakers mehr. Ich glaube es nicht. Das war das Einzige. Auf was ich mich bei der Reise gefreut habe. Auf die Sneakers. Nein, ich kann nicht. Ich muss ohne Sneakers zurechtkommen. Aber jetzt ist es Zeit, mein Kostüm anzuziehen. Hier hängt es. Seht es euch ruhig an. Bald. Nun wirst du mich unter den Namen Arcanus kennen. Ich werde Arcanus der Assassine sein. Ich bin zwar nicht wie ein Assassiner. Aber mein Name klingt cool. Und Assassiner sind ebenso cool. Ich werde ihn umgehen. Bevor ich aber noch gehe. Ich muss noch eins machen. Meine Tür zu spinnen. Ich bin eingesperrt. Mein Schwert muss ich auch noch nehmen. Lass es mich hier ein Stück nicht in meine Unterhose. Hier an mir. Und dann ziehen wir runter. Das ist nicht cool, Ars? Es ist awesome. Ich gehe jetzt und eröffne eine bessere Welt. Bein Welt. Interessant. Ich denke, er kann mich besiegen, der Professor. Er hat keine Lernen vom Lappen. Immerhin gewinnen immer nur die bösen Professoren. Ich bin ein Ausländer auch noch. Ich gewinne meistens. Und das ist ja... Die Eltern sind immer glücker. Die dummen Neulinge, Frischlinge von kleinen Kindern. Ich bin ein Ausländer eine Vielen Dank.